Hallo und herzlich willkommen zu Call of Duty Black Ops 2 mit einem kleinen Special Battle mit einem der uns mal angeschrieben hat und mit uns fighten wollte oder er mit mir, aber Moritz macht jetzt auch mit Mit uns? Jetzt hat er öfters geschrieben, nicht mit Jonas Aber ich habe ihn darauf geantwortet, also Justin hat ihn darauf geantwortet Du hast bloß Ja, das eine Mal Ich kann, aber ich glaube, er ist auch rausgeflogen Warte, Herausforderung Also ich bin diesmal nicht Host Ich bin rausgeflogen I have lost connection to your server Frei für alle Ähm Er ist bei mir drin, du musst bei mir reinkommen Ich nehme das jetzt auch alles mit auf Er ist jetzt drin, toll Man Bist du drin? Noch? Nein, Sieg Steht bei mir Bin auch drin Seid solche Bobs Was denn, wenn dein Internetbauer hat oder was auch immer So, jetzt mach Start Ich war nicht Host diesmal Let's go Du bist Host Das ist dein Spiel Sorry, but I'm back Ja, ja So, jetzt nochmal Was geht's aber los hier Frei für alle Ich hoffe, er sagt dennächst auch mal was Nö Und dem mal sprechen Ich hab geschrieben 30 Ähm Kills Um zu gewinnen So, ich spiele schon Ich lade noch Fahre ich dir, bei mir steht 9, 8, 7, 6 Jetzt geht's los, Leute Wo bist du? Bist du hinten oder vorne der Karte? Ich bin Norden Ganz der Nördlichstum Los geht's Und ich hoffe, zu sieben, dann ist er da Ich hab' ihn Ich war das Nur, er hat mich gekillt Er läuft, er ist da hinten, wo du verreckt bist, du was? Ich glaub' ich nimm mal die K40 gleich Ich hab' die Du Huh, jetzt hat jeder eingekillt und einmal verreckt Wo ist er? Nein, ich hab' ihn gekillt Nein, ich hab' ihn gekillt Deine fucking S-Mein, Junge Nö, ich hab' dich gekillt, nicht die S-Mein Nö, ich hab' dich gekillt, nicht die S-Mein Ich mach' auch mal die weg, so Mit der K40 Die K40 ist einfach überheftig Aber hier hab' ich keinen fucking S-Mein Scheiß, ich hab' den Typen getötet Der wird... Hast du gesehen? Der ist ziemlich am verkacken Ich mein' doch immer, die solche großen Sprüche klopfen Ja, aber wir spielen ja auch, wir haben ja gesagt, wo er ist und wo wir sind Das ist doch, da müssen wir aufhören, wir sind auch Gegner Ja, als wohl Oh, Meme, haust es her Ich hab' dich gekillt Ja, ihr habt' mich beide gekillt Fuck Du bist Erster, das weißt du Fick dich Das Lass' ich nicht sagen Das MP7 Oh, ich bin gerade richtig verschissen Ah, ich bin's nur noch Was ist er denn? Nein! Daneben gemessert Aber er hat auch alle Waffen und hätte sich noch alles machen können Scheiße, Mann Der hat meine Bouncing Patty überlebt Ja Der hat Dings da, der hat Dieses Visier Dieses NoopTuber Was du sagst NoopTuber Das heißt, immer noch der Granatwerker Alter Wie ich dir eingesetzt hab Ja Du bist jetzt tot Ja Ich hab ihn gesehen Und ich hab' einen Schuss Hat er mich gebraucht Boah Hab' er überlegt Was ist er denn jetzt? So, ich bin hier mitten im Kampfgebiet Ich muss aber sagen Das ist eigentlich ganz düstig Mit dem hier Alter Ich weiß gar nicht, was du in der Klasse bist Ich bin voll verzittert Ich weiß gar nicht, was du in der Klasse bist Der spielt Die MP7 ist aber ganz geil Boah, ich bin ein erster Uh, ein Junge Hinten ist ganz schnell gekämpft, Alter Ich bin so gefaked gerade Alter Das ging echt gar nicht Ich konnte mich null bewegen Aber ich bin eben richtig Hauber ihn gefaked Er ist im Gebäude Er ist im Gebäude Du musst da reingehen Ich hab' ja eben Schüsse gesehen Also Ist wirklich in diesem Gebäude Na, dann geh' ich da eben halt rein Dann kehrt mich deine Bouncing Betty nicht Ich hab' keine Ja, ja, lauf rein Fuck Scheißdreck Scheiße, Mann Der ist gar nicht so schlecht Du bist zuerst da Das darf ich sagen Ich finde ihn nicht so gut Naja Oha Hunter Killer Drohne in Bereitschaft Ich finde ihn wirklich nicht so gut Jetzt fickt euch, Jungs Boah, es wird da meine verfickte Hunter Killer überlebt Dieser Basta So, jetzt kriegt er einen Wächter, Junge Alter, du bist so eine Nutte Ja, meine Hunter Killer gerade überlebt Aber ich hab' ja auch ein bisschen kacke geworfen Das muss man so sagen Ich hätte ihn mal in deine Richtung schmeißen sollen Und vor allem, das wird lustig Er weiß ja nicht mal, was ein Wächter ist K-40 Wenn er die Wache und Nahkampf hat, dann Hab' ja keine Chance Nein, jetzt hab' ich meine Dings da verspielt Es ist so geil Die Punkte Dass wir alle da umkämpfen Das ist voll dumm eigentlich Also wenn hier jemand reinkommt Dann ist er krank Nein Wie geil Ich hab gerade wieder den Bug hier Jetzt geht's wieder Du Alles spannend Ruhig, ich falle wie am Ende Nein Ich bin durch das Haus Alter Mann Mein geiles neues Emblem Oh, da gehen die Färbs gerade runter Mich nicht kurz killen Ja, jetzt geht's wieder Ja Ist heute mit Färbs wieder was los Wieso ich finde das kackig Dass wir nur an diesem Punkt hier sind Das ist relativ gut Scheißdreck Nein 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 Alter Irgendeiner von euch hat mich geflasht Und der andere hat eine Granate reingeworfen Das war beides Und auch geflasht Und jetzt bin ich tot Nein Vorher noch Ich hab aber gar nichts Primärgranaten Taktikgranaten Hab ich nichts Gar nichts Da gibt's ne Bouncing Netty Dann geh ich mal schnell Dann schnur ist da drin Und wartet schon auf mich Und käme mich Und jetzt hat er mich eingeholt Das ist stech Achtung Feindliche Drohne nähert sich Oh man Moritz ist so ein Camper da Ja klar Moritz ist merkst du auch noch Nein Mann Immer kurz bevor ich meine Das ist kacke Meine Bouncing Netty hat gar nicht mehr So die Durchschlagskraft Wenn er sein ekliges Teil hat Jonas Du bist ne Hure Ich hab ihn fast gekillt Jetzt kill ich ihn eben Du wirst ihn nicht killen Ich hab ihn gekillt Die Sonnen Mich Dich Meine Bouncing Netty nicht erwischt Alter Fuck Mein Rotbult Visier ist auffällig Alter du bist ne Hure Null Nein Ich bin außerhalb der Welt LoL Ich bin er Fuck LoL Mann Achtung Feindliche Drohne nähert sich Er hat ne Drohne Alter Er konnte ich nichts machen Ganz ehrlich Zum Holes Das gibt's doch hier nicht Was Was für schlecht heute Er killt mich die ganze Zeit Er hat irgendeine gute Waffe MP7 Die zieht durch Mit Griff und Laser Ich hab die Vektor mit Griff und Laser Und die ist besser Finde ich Ich hab die Skorpion Skorpion Bock auf Ich geh grad echt nicht hin Ah Bam Fickt euch Jungs Drohne näher zu dir Leckt meine Eier Nein Alter Alter Er ist hinter mir Deswegen muss ich Fuck Ich seh die Runde so gut wie gewonnen Als für mich So gut als wie gewonnen Scheiß man Ja Das ist deutsch Junge Oh fuck Zu haut gezittert ey Oh Kap 40 nicht schlecht Junge Ich darf's okay Nein Nein Ich verleih es auch Nein Von allen Seiten Den ist irgendwie voll Und kerrig Wie sind da alle Nein Fuck man Der darf sich Du darfst nicht gewinnen Du darfst nicht gewinnen Ich werde gewinnen Was Mit der Kap 40 Habe ich einen Nahkampf Richtig hart verschissen Der hat die jetzt auch Oder Mhm Okay dann Hocke ich Achso Hocke ich mich mal lieber hin Ehrlich nur noch an Kempten Das so bockt das nicht Es ist echt scheiße Nein Ich kann dagegen nichts machen Weil ich nichts zu flashen Keindliche Drohne nähert sich Nein Fuck man Du darfst nicht gewinnen Und ich bin sogar ganz knapp Davor dich einzuholen Ich hab dir wenigstens Tode Fuck Kill ihn nicht Kill ihn nicht Lass dich nicht killen Lass dich nicht killen Komm 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 Bum Fickt euch Einfach nur Wollen wir gleich noch eine ranhängen Ja Ja Machen wir Ne Wie schreibt man denn noch ein Game Achso One more Haha Machen wir eine andere Map Habe ich vor Hier wollen wir Headjacked Warte ich noch was Nein Nein Lass die Aufnahme an Die Aufnahme ist noch Aber Headjacked Ja Sure But not custom Please Ja ok Dann War es das für heute mit der Aufnahme Wieso Ich geh mir jetzt noch eine ran Hm Ja Er will aber nicht custom Was Er Kein Bock mehr Kostum Er möchte nicht hier auf dieser Karte Ja Ich guck gerade Welche sonst Seht ihr die Er möchte nicht hier Er möchte online spielen Keinen selbstgemachten Ich lade euch an Er ist bei mir drin Ja ich komme auch Oh ich habe was freigeschaltet für Klasseneditor Ich frage ihn gerade welchen Modus Multiteam Junge Multiteam Ja Wir sind zu dritt Fette Kacke So nimmst du jetzt auf die nächste Runde oder hängst du die mit ran Die hängen wir mit ran Nein 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 Die können wir gleichzeitig online stellen aber Das erste ist ein Battle und das hier ist ja jetzt online Okay dann Leute dann würde ich sagen Entschuldigung ihr müsst weg Okay Okay Vielen Dank.